Man darf eben mit diesem primären, einfachen Erklärung sich niemals abspeisen lassen. Man muss weiter fragen, denn nur dann kommt man weiter. Wer aufhört zu fragen, hat verloren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Janssen-Rosek. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Ihrem Format sprechen kann und wir in unserem Interview jetzt viele Dinge, die für viele so wichtig sind, zum Thema machen können. Vielen, vielen Dank. Ja, wie kann ich Sie am besten vorstellen? Ich habe, als ich meinem Mann von Ihnen berichtet habe, habe ich gesagt, das ist ein Parasiten-Spezialist. Und er hat so viele tolle Sachen gesagt, die bei mir so für Wow-Effekte gesorgt haben. Also Zusammenhänge von Parasitenbefall und Asthma, chronische Erkrankungen, Entzündungswerte und so weiter. Und deswegen habe ich Sie einfach mal Parasiten-Spezialist genannt. Wie würden Sie sich vorstellen? Ja, der Ansatz ist nicht schlecht. Viele nennen mich ja so mittlerweile. Auch Dietrich Klinghardt kündete ich mich immer so an, wenn er mich schon mal auffordert, zu irgendwelchen Parasiten. Zuletzt, glaube ich, über den Lungenwurm, den kaum einer kennt, zu sprechen. Was mir aber wichtig ist, dass wir die Parasiten ins rechte Licht rücken und ihre zentrale Rolle in dem gesamten chronischen Krankheitsgeschehen. Und wir reden heute sicherlich viel über chronisch krank, was ja auch ihr Thema ist. Und ehrlich wollen wir auch sein, weil ich glaube, das ist für mich ein ganz markanter Punkt, den man unbedingt haben muss. Man muss dem Patienten glauben. Und ich bin mit ihm ehrlich und er sollte mit mir natürlich auch ehrlich sein. Und viele der Betroffenen, die chronisch krank sind, finden automatisch, die sind ja ganz aus dem Leben raus, zu einer eigentlich erschreckenden Ehrlichkeit. Denn die sagen, was noch über ist von ihrem Leben. Und das ist oft nicht viel. Und wenn man mich vorstellen will, ich bin, was die Russen als Sarvegalava bezeichnen, ich habe mich also, ich kann noch ein bisschen Russisch, habe ich auf der Schule gelernt. Ich trabe mich überall rumgetrieben in vielen Themen. Ich hatte gerade eben zu dem netten Assistenten, der mich jetzt hier betreut im Videostudio hier in Berlin, eben auch auf der Fahrt hierher gesagt, dass ich schon sehr früh mit fünf, sechs Jahren schon mit Astrophysik zu tun hatte, die mich sehr interessiert hat. Ich wollte eigentlich Astronom werden. Ja, in die Weite schauen, um dann zu erkennen, was uns hier auf der Erde eigentlich bewegt im wahrsten Sinne. Nicht nur die Gravitation, es sind ja viele andere Einflüsse, die auch von draußen sozusagen kommen. Und wenn es nur die Gedanken sind, die angeregt werden, wenn man in die Weite schaut. Und wir wollen im Grunde Berge versetzen hier mit dem Team, was ich habe und auch mit den Ideen und meiner Erfahrung. Und wenn man von den Parasiten redet, dann ist das ja ein sehr dezidiertes Thema, sehr eng sozusagen. Und meine Stärke ist eben halt die Weitsichtigkeit und das Ansprechen der unterschiedlichsten Themen, die auch mit Parasiten zu tun haben oder wo Parasiten interagieren mit äußeren Einflüssen, also Zusammenhänge darstellen, Zusammenhänge erkennen, um eben halt nicht seltene Erkrankungen zu diagnostizieren, sondern um Erkrankungen zu diagnostizieren, die häufig sind, aber selten diagnostiziert werden, weil eben es nicht so einfach ist. Ein Masernvirus kommt daher, macht Masern. Ein Keuchhustenvirus kommt daher, macht Keuchhusten. Das kann man ja einem Kind in der Kita beibringen. Das geht recht schnell. Dann strahlt das, wenn es das weiß. Sondern wir reden hier über komplexe Dinge. Es gibt ein sehr schönes Buch von Marty Paul, den man schätze ich sehr. Das heißt Explaining Unexplained Diseases. Und dieser Titel trifft eigentlich genau das, was wir auch sehen. Wir sehen natürlich oft den Parasiten, der auch immer beteiligt ist. Wir sehen die Beteiligung des Immunsystems. Wir sehen Gifte, die beteiligt sind. Wir sehen natürlich den Menschen in seinem Umfeld. Das wäre ja auch das, was ich gelernt habe, nämlich die Umweltmedizin. Da fragt man ja immer, was hast du für eine berufliche Tätigkeit oder wo bist du gewesen? Das ist dann wieder Reisemedizin oder Drogmedizin. Da habe ich ja meine Ausbildung in England gemacht. Und dann verstehen wir natürlich auch, wenn jemand in der Familie jemand hat, der Helicobacter hat, den Magenkeim, dann kann der sich anstecken. Je enger der mit ihm zusammen ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit. Deswegen sagen die Engländer ja auch, Helicobacter runs. In families. Oder wenn ich einen Hund habe oder eine Katze habe, dann bin ich automatisch durch das Biotop, der Wald, das Feld, die Wiese, wo ich rumlaufe, bin ich exponiert, also setze ich mich aus über Trägern. Wenn ich draußen auf der Terrasse sitze und bin irgendwo in Kenia im Nationalpark, dann muss ich damit rechnen, dass mich Moskitos anfliegen und die können was übertragen. Das weiß auch wieder fast jedes Kind, nämlich die Malaria. Was bei uns aber übertragen wird, wieder Parasiten, das weiß kaum einer. Aber wenn wir überlegen, dass wir 1,5 Millionen Hunde pro Jahr nach Deutschland importieren seit 20 Jahren, was uns schon vor 20 Jahren bewegt hat und auch hat Fragen stellen lassen. Deshalb haben wir dann einen Verein gegründet zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. Und darüber sehen wir natürlich, was in Deutschland sich verschiebt an Parasiten. Die kommen nämlich per Flugzeug oder per Lkw aus den verschiedensten Regionen Südeuropas, manchmal auch Afrikas, also Maghreb-Staat, Tunesien, Marokko und so weiter. Und die haben natürlich im Blut andere Erreger, andere Parasiten als bei uns. Und wenn ich dann die Masse der Hunde verschiebe über 20 Jahre, mal ausrechnen, das sind ja enorme Mengen, die sich dann verteilen in der Bevölkerung, dann muss ich damit rechnen, das sehen wir, dass diese Parasiten, diese Erreger sich verbreiten und dann natürlich wiederum ihren, wie wir sagen, Wirt finden. Und der Wirt sind wir dann. Das ist dann der Hundehalter oder die Familie, die ja mit den Kindern unterwegs ist. Und jetzt habe ich gerade von einem Kind gehört, was sich zum Beispiel sehr gerne vom Hund durchs Gesicht lecken lässt und hat sich dabei eine Erkrankung zugezogen, eine parasitäre oder bakterielle. Ich rede aber gerne bei den Bakterien auch als parasitisch auftretend sozusagen. Und interessant war, dass der Hund von dem Besitzer, dem Vater in diesem Falle, mit Rohfleisch gefüttert worden ist, weil man davon ausgeht, das ist für den Hund, der ja vom Wolf abstammt, sozusagen wesentlich besser psychologisch oder auch von der Gesundheit her. Und dadurch hat er natürlich an seinen Läfzen durch das rohe Fleisch die Keime, die möglicherweise auf dem nicht gekochten, nicht gebratenen, nicht gegrillten Fleisch natürlich sitzen. Und so hat sich das Kind über das Belecken des Gesichtes mit diesem Keim angesteckt. Und jetzt ist das Entscheidende, dass man eben halt das wissen sollte, dass das ein Risiko ist. Nicht, dass man den Hund abschafft. Wir schaffen nie Hunde und Katzen ab. Die Schlange kann auch zu Hause, von mir aus auch im Bett bleiben, ist egal. Ich muss nur wissen, was passieren kann. Genau, Sie sind ein Ursachenforscher. Sie wollen immer wissen, von wo kommt es, welche Geschichte erzählt der Patient. Das ist richtig. Das hat mich so an Ihrer Arbeit begeistert, weil Sie eben diese Weitsicht vereinbaren. Meine Krankheitserfahrung ist, ich bin chronisch krank geworden, hatte also schon Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Endometriose, Migräneanfälle, Verdauungsschwierigkeiten. Ich konnte noch fünf Lebensmittel verdauen. Aber es wurde eigentlich nie gefragt, von wo kommen Sie, was haben Sie erlebt, wo haben Sie sich aufgehalten. Ja, es wurden Magen-Darm-Spiegelungen gemacht. Ja, es wurde gesehen, dass da eine Entzündung vorhanden ist. Aber auch die war nicht so schlimm, dass sie reagiert hätten. Aber, was wurde noch gefunden? Würmer in meinem Darm. Jedes Mal. Und jedes Mal gab es irgendwie Antibiotikum und dann wäre das schon erledigt. Wo ich dann auch gefragt habe, das kann doch nicht sein, irgendwas stimmt doch einfach überhaupt nicht. Wie ist es für Sie, was ist Ihre persönliche Geschichte, dass Sie auch gesagt haben, man muss den Patienten ganzheitlich betrachten und nicht einfach, weil man jetzt gerade keine Antwort auf die Schnelle hat, einfach dranbleiben. Ja, man könnte ja einfach sagen, der Mann sitzt an der Quelle, nicht nur, dass er Arzt geworden ist, sondern hatte auch noch eine wunderbare Mutter, sozusagen, die auch Ärztin war. Und bei uns wurde die Medizin ja schon, als wir klein waren, praktiziert. Also alle Patienten, weil Wohnung und Praxis direkt sozusagen in einem Haus waren, nebeneinander. Und alle Patienten haben wir mit Handschlag begrüßt und wussten dann oder wurden zumindest gefragt, wenn man es erst noch nicht bemerkt hat, ne, wie war denn die Hand, kalt oder warm, feucht und so weiter. Sodass wir schon eigentlich zur Wärme der Hand eine andere Beziehung hatten als der normale Mensch, der da nicht drüber nachkommt, oder die normalen Kinder. Trotzdem bin ich schon in der Schule sehr müde gewesen. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Hälfte der Zeit geschlafen in der Schule. Da war natürlich die Frage, geht man der Ursache nach? Ja. Aber wer suchet, der findet primär erst mal nicht, wenn man eben halt nicht weiß, wonach man suchen sollte. Das wird irgendwann bei vielem Fragen dann schon offensichtlich. Aber wenn man die Methoden gar nicht hat, also die Möglichkeiten der Labordiagnostik, die wir heute haben, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was ich damals in den 50er Jahren, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, ich bin 1950 geboren, diese Möglichkeiten waren begrenzt. Das heißt, viel war die Erfahrung des Arztes, die Intuition oder das, was wir als Exjuvantibus bezeichnen, wenn wir aus der Hüfte schießen, wie im Western sozusagen. Das durfte man damals, hat man auch öfter gemacht. Zumindest der souveräne, erfahrene Arzt hat das gemacht. Und dann konnte man auch schon mal irgendeinen Feind, einen Parasiten treffen, den man gar nicht nachweisen konnte, weil man manchmal noch nicht davon gewusst hat. Viele Sachen sind auch heute ja noch nicht entdeckt oder werden auch nicht vermutet. Wir haben es damals vermutet, aber wir hatten den Beweis, den Nachweis noch nicht. Und dann kann man unter Umständen versuchen, das hat mich dann auch erst mal gerettet über die Schulzeit. Oder ich bin halt auch viel krankgeschrieben gewesen in der Schule. Eine gewisse Intelligenz habe ich wohl mitgebracht, sonst hätte ich die Schule gar nicht überstanden. Bin ja dann doch zum Abitur gekommen. Und dann kam eigentlich der Blattschuss sozusagen, der für viele heute von wesentlicher Bedeutung ist. Entweder als Blattschuss oder als chronisches Krankwerden. Man weiß gar nicht, dass irgendwie der Boden einem entzogen wird. Langsam zieht das Wasser ins Fundament. Und bei mir war der Blattschuss eben halt, nachdem ich auf dem Kitzsteinhorn im Skiurlaub war und bei einer ziemlich eisigen Abfahrt eben mich ja das rechte Knie verletzt hatte und hatte da so einen Dehnungsriss. Beim Hängenbleiben an so einem Eisblock drehte sich das Knie nach außen. Und dann hatte ich die Bundeswehr vor mir und wollte natürlich nicht mit diesen Schmerzen in die Bundeswehrausbildung reingehen und bin dann zum Orthopäden. Und was macht der natürlich? Wir können es fast schon raten. Er gab eine große Spritze und was war da drin? Kortison. Und dann habe ich vier Wochen noch überlebt der Bundeswehrzeit und in der Beginn der fünften Woche wurden wir nachts um drei Uhr geweckt. Da gab es einen Alarm. Und dann hat man mich, weil ich es gar nicht selber mehr konnte, mit vier Menschen, vier Soldaten angezogen, weil ich so gezittert habe. Ich hatte so einen Schüttelfrost. Also mit vier Mann haben die mich angezogen, haben mich dann einfach irgendwie hingestellt und dann bin ich da kollabiert. Und dann habe ich über sechs Wochen im Sanitätsbereich mit über 40 Fieber gelegen. Und das war erst mal der Abschuss. Hier kann man ja so schon vermuten, hier hat also die Schwächung des Immunsystems durch die massive Gabe von Kortison irgendetwas bewirkt. Es ist irgendetwas ausgebrochen. Und für die, die jetzt hier zuhören, ist das zum Beispiel ein wunderbares Musterbeispiel, wie es passieren kann. Aber wir haben heute noch andere Mechanismen. Entweder ist das eine schleichende Therapie, wo nicht so eine hohe Dosis gegeben wird. Oder die Menschen therapieren sich selber. Die haben nämlich, wie sie, Fibromyalgie. Dann hat man Schmerzen. Daher kommt ja der Ausdruck Myalgie. Also was macht man? Man geht zur Apotheke, fragt vielleicht den Apotheker oder weiß schon von der Freundin, bekannte Mutter, Vater, wer auch immer. Die haben dieses berühmte Mittel, ich will es hier nicht nennen, genommen. Aber wir können sagen, ist Ibo. Ich kürze es mal ab. Also das steht ja auch noch nicht mal unter Rezeptpflicht. Und das sieht man ja, ich sage immer, wenn man in die Apotheke geht, links und rechts vom Kopf des Apothekers steht immer links oder rechts oder an beiden Seiten Ibo. Und dann dreht er sich um und holt das 800 oder 600 oder 400er raus. Und dann wird das genommen. Was ist der Nachteil dabei? Es ist im Grunde so ähnlich in der Wirkung, nicht ganz so aggressiv wie Kortison. Es schwächt auf Dauer zumindest auch das Immunsystem. Und der Kampf zwischen dem Immunhund und dem eindringenden Hund, wir gehen mal von einem Parasiten oder von einem Bakterium oder einem Virus aus, dieser Kampf, der führt eben halt genau zu den Beschwerden. Der macht Ihnen Schmerzen. Wenn Sie jetzt einen von den beiden Kämpfern platt machen, dann hört der Kampf und das Blutfließen auch, haben Sie keine Beschwerden mehr. Das ungünstig ist nur, Sie würden ja, wenn in Ihrem Garten ein Eindringling ist, Ihren Hund vorschicken, damit er sie verteidigt und Ihr Obst vielleicht, was da oben in den Bäumen hängt. Wenn ich jetzt mit der Eisenstange auf meinen Hund haue, auf meinen Immunhund nenne ich den jetzt mal, anstatt auf den Eindringlingen, Bakterium, Parasit oder so, dann tue ich mir ja keinen guten Dienst. Denn jetzt kann der Hund ja, der Eindringling oder der Dieb kann ja sich jetzt an den Äpfeln bedienen und klaut die halt. Mundhauk, okay, ist nicht so schlimm. Aber das ist das, was nicht verstanden wird. Man darf nicht das wichtige Signal des Körpers, der Schmerz zum Beispiel, ob Kopfschmerz oder Muskelschmerz oder Gelenkschmerz, den darf man nicht unterdrücken wollen. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, was wir bei uns haben in der Praxis in Berlin. Das war eigentlich immer schon so. Wir wollen die Ursache suchen. Wir haben auch damals die Ursache gesucht, aber wir konnten sie nicht finden, weil die Instrumente nicht da waren, die Messinstrumente, die Laborteste, die waren nicht da. Bis dann irgendwann in Köln ein berühmter Professor Ackermann ein Labor aufmachte, wo zum ersten Mal dann auch gute Teste für Borreliose zum Beispiel zur Verfügung standen. Oder später natürlich die anderen Parasiten, die alle aus Zecken kommen. Und dann sieht man eben halt, auch hier gab es einen Beginn, eine Chance, über die Diagnose zu einer Lösung zu kommen, zu einer Therapie. Was man aber dann wiederum nicht ahnte, und das ist, glaube ich, was mich auch wieder auszeichnet, es ist doch nicht nur ein Keim. Es sind nämlich die sogenannten, heute kennt das fast jeder, Co-Infektionen. Es gibt ja noch mehr als nur die Borreliose. Und jetzt geht es schon los. Ich habe Magenschmerzen, ich habe Sodbrennen, ich habe Völlegefühl beim Essen, da habe ich schon mal Helicobakter. Der Verdacht ist zumindest sehr hoch. Jetzt habe ich den Zeckenbiss. Die Zecke hatte Borrelien. Vielleicht noch drei andere Erreger, lassen wir die außen vor. Ich habe aber gleichzeitig noch eine Katze. Und die Katze, die will ich natürlich nicht einsperren. Die hat ja ein wunderbares Naturell. Die will in Freiheit, die will raus. Also lasse ich die raus. Jetzt kommt die wieder. Was hat die im Fell? Flöhe. Wo kommen die Flöhe her? Von den Mäusen, die sie gefangen hat draußen. Manchmal ist sie noch stolz und legt einem die Maus dann vor. Sie kennen das vielleicht. Dann legt sie einem die richtig dahin. Dann sind aber längst schon, weil die Maus ist ja schon tot, die Flöhe, die riechen das ja, wenn die Maus stirbt. Die sind längst schon im Fell. Was machen die Flöhe? Die wollen immer die nacktere Haut haben. Die Flöhe. Die bleiben nicht im Fell der Katze oder des Hundes manchmal auch. Also springt der Floh gleich. Mama steht da schon im Nachthemd. Ach, wo warst du denn so lange? Dann streicht die Katze natürlich in Bescheidenheit um die nackten Beine. Der Floh merkt das. Der springt sofort rüber. Und Mama hat die ersten ein, zwei, drei Flohbisse. Ein Flohbiss reicht und das Leben ist verändert. Denn diese Erreger, parasitisch wie sie sind, die verändern dann unter Umständen im Immunsystem einiges, verstellen da einige Parameter. Die sind sehr, sehr klug. Und dann infiziert sich der Körper auf verschiedene Art und Weise. Das Blut wird infiziert. Die roten Blutkörperchen enthalten dann Parasiten. Diese Blutkörperchen kommen ja, wie jeder weiß, aus dem Knochenmark. Aber im Knochenmark sitzen schon diese Parasiten auch drin. Das heißt, die Jungen, die sich da bildenden roten Blutkörperchen, werden schon im Knochenmark infiziert, wandern dann ins Blut und können nur ein Taxi fahren durch den ganzen Körper. Und dann haben die Frauen viel Migräne, viel Kopfschmerzen. Ich kann aber genauso gut Muskelschmerzen, nämlich, was Sie sagen, Fibromyalgie haben. Das heißt, ich habe eine Entzündung im Körper, die an mannigfalten Stellen, bei manchen auch im Auge zum Beispiel sein kann, oder auch an anderer Stelle. Im Mund, zum Beispiel bei Pharaonen, hat man in der Zahnpulpe, also im Inneren des Zahnes, hat man Bartonellen, so heißen die Erreger der Katzenkratzkrankheit, gefunden. Die also sozusagen Tausende von Jahren schon konserviert worden waren, in Mumien, also in die Tücher eingewickelt. Und das zeigt, erstens mal sind die Parasiten schon ganz alte, ewige Erkrankungen sozusagen. Wir haben aber, und der Pharao hat das bestimmt nicht gewusst, dass er in den Zähnen diese Parasiten hat. Wir haben dazugelernt. Aber was aufgefallen ist eigentlich, und das ist das Problem vieler, die uns jetzt zuhören, die kommen ja nicht an die Information. Ja, genau. Der Hausarzt, so mancher, gibt gute Hausärzte. Meine Mutter war ja gute Hausärztin. Dann sagt der Patient, also wissen Sie, ich habe ja so viele Schmerzen und auch Depressionen und Ängste und alles. Kann das denn nicht sein, Herr Doktor? Ich habe da was gelesen im Internet. Dann sagt der Doktor, meine Güte, was guckst du dir denn an? Ja, du bespiegelst dich selber. Und es kommt leider zu sehr vielen diskreditierenden Situationen, wo der Patient dann enttäuscht, die Praxis verlässt. Oder er bekommt irgendetwas, vielleicht auch wieder wie ich, koch die Sohn. Oder er gibt sich halt mit Ibuprofen zufrieden. Er kommt nicht aus seinem Loch aus. Und das kann man nur auf eine relativ einfache Art und Weise. Man muss wollen, eine Klärung. Man muss wollen, das, was Sie eingangs gesagt haben, man muss die Ursache versuchen zu finden. Und unsere Medizin ist heute eben, ich sage nichts gegen die Schulmedizin. Ich bin ja eigentlich auch Schulmediziner. Aber man darf sich das Denken nicht zu sehr beschränken. Das heißt, wenn wir nicht weiter wissen, dann stellen wir Fragen. Und wenn ich natürlich aus der Umweltmedizin komme, wie ich das eben erzählt habe, aus der Tropenmedizin, dann frage ich den Patienten natürlich, bist du denn verreist? Wo warst du denn? Oder hast du Hund oder Katze? Ziegeschaf oder Schwein? Oder, nö, habe ich nicht, Doktor. Aber ich habe früher mal Tauben gezüchtet. Aha, sage ich. Wichtig, Tauben haben Zecken. Taubensecken können auch was übertragen. Denn Tauben haben ja auch kein steriles Blut. Und wenn ich mit dem Blut der Taube, mit dem Blut der Maus, mit dem Blut der Katze oder wem auch immer, oder dem Blut, was eben halt der Floh in seinem Körper hat, oder die Zecke, in Kontakt komme, dann kann ich potenziell infiziert werden. Denn wir wissen ja alle, ein Stich in die Haut kann irgendwas übertragen, wenn es nicht steril war. Und der Stachel sozusagen oder die Beißwerkzeuge der Zecke sind nicht steril. Denn da ist ja Blut vom Vorgänger, sei es Hund, Katze, Ziege, Schaf, Schwein oder Mensch. Ja, völlig egal. Ich kann hier eine Übertragung eben halt immer haben. Und dann muss ich der Sache auf den Grund gehen. Und da fängt die Schwierigkeit eigentlich an. Genau. Und das ist auch das Ausschlaggebende dafür, zu schauen, welcher Cocktail hat dieser Patient. Das merke ich immer in den Gesprächen mit den chronisch Kranken, die mir hier ihre Geschichte erzählen. Denn der Cocktail sieht jedes Mal anders aus. Bei mir war es eben, ich war ein Jahr alt und es war Malaria. Das war schon mal ein Tropfen in mein Cocktailglas. Dann war es später das pfeiferische Drüsenfieber, also der Epstein-Barr-Virus. Dann hatten wir natürlich auch Haustiere. Verschiedenste Haustiere hatten wir. Wir hatten Mäuse, Meerschweinchen, Hunde, Enten. Hatten wir sogar indische Laufenten. Also gibt es da wieder einen Cocktail-Mix. Dann war man auf Reisen. Dann hier wieder. Oder auch, ja, was bringen die Kinder von der Schule nach Hause und so weiter. Und wenn man das nicht anschaut, mal was können all diese Einflüsse sein, dann kann man ja gar nicht handeln. Aber jetzt möchte ich auch diesen positiven Switch hinzubekommen, weil sonst denken die Leute, was, ich bin ja quasi vergiftet. Ja, wir haben natürlich viele Dinge, die uns belasten. Auch Schwermetalle ist ja so ein Thema. Abgase, Elektrosmog und so weiter. Aber was hat Sie dann weitergetrieben in der Forschung? Wo haben Sie gemerkt, ah, da kriege ich wieder Handlungsspielraum? Ja, ich hatte eine ganz einfache Frage. Nämlich die Frage, warum ist man so müde? Ja, genau. Daraus hat sich dann später entwickelt, müde ist immer immunmüde. Ja. Das hat natürlich Jahre gedauert, bis ich auf diese Idee gekommen bin. Und auch hier wieder die Spuren im Immunsystem zu finden, die sogenannten Immunbotenstoffe, die ja erhöht sind, will ich gleich nochmal erklären, wie das bei Kindern auch ist, bevor die krank werden oder Zähne bekommen. Das sogenannte Sickness-Syndrom nennt man das. Dieses Sickness-Syndrom, was die Kinder eben haben, bevor die krank werden, macht die auch müde. Die wollen lieber liegen als laufen. Und die sind zickig. Ja. Mama kocht die Lieblingsspeise. Das Kind sagt immer, ich habe keinen Hunger. Selbst die Lieblingsspaghetti werden abgelehnt. Oder Mama hat so helles Licht, wie wir hier im Studio jetzt hier haben. Furchtbar, das helle Licht. Mama, mach das Licht aus. Oder mach die Vorhänge zu. Rede nicht so laut. Oder mach den Fernseher leise. Ja. Das heißt, das Kind bekommt genau dieses Sickness-Syndrom. Warum? Weil irgendetwas sich schon in dem Immunsystem des Kindes abspielt, weil der Keim, lassen wir es mal im Moment noch den einen Keim sein, weil der in den Körper gekommen ist. Das Kind entwickelt Krankheitssymptome. Mütter wissen das. Je mehr Kinder sie haben, desto eher, ja, das Kind kriegt entweder einen Zahn oder das wird jetzt krank, kriegt eine Grippe, eine Erkältung, was auch immer. Das Gute dabei ist, nach vier, fünf Tagen ist das Sickness-Syndrom beendet, die Krankheit bricht aus, das Fieber steigt an, das Kind liegt im Bett, eine Woche, zwei Wochen, dann ist das alles vorbei und dann fühlt er sich wieder wohl, dann ist das wieder Spaghetti. Das, was Sie beschrieben haben, bei der Fibromyalgie oder bei den chronischen Krankheitszuständen, die fast alle, auch die Interessierten, die im Internet fragen, was habe ich, was die haben, die haben das permanent, das Sickness-Syndrom, das geht nicht mehr weg. Und wenn wir jetzt ganz einfach logisch denken, dass das Sickness-Syndrom hervorgerufen wird durch die Immunbotenstoffe, die nennen wir Zytokine, also das sind eigentlich die Löschmittel, wie bei der Feuerwehr, der Sand, der Schaum oder das Wasser. bei uns heißen die nur anders, Interleukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, haben noch viele andere schöne Namen. Dieser Immunsturm, heute hat man den mal so ein bisschen im Rahmen des C-Virus gehört, als Zytokinsturm, vielleicht haben das einige mal mitbekommen, dieser Sturm macht müde, der macht aber auch Schmerzen, der macht multiple Symptome, wenn der im Kopf stattfindet, haben die Leute auch Depressionen, dann haben die bestimmte Empfindungen, Panikattacken zum Beispiel oder grundsätzlich Ängste, die unbegründet sind, die eben immunologisch durch Veränderung der Botenstoffe hervorgerufen werden und die Müdigkeit, deswegen spreche ich auch von Immunmüdigkeit heute, die hält ja auch permanent an, solange dieses Sickness-Syndrom nicht weggeht. Jetzt weiß ich aber nicht, woher das kommt und es ist auch nicht so einfach, wie ich eben gesagt habe, ich sage, das ist jetzt hier der Keuchhusten oder die Masern oder doch, das ist eine andere Erkrankung oder die Zähne, die vielleicht mich belasten und jetzt fängt die Suche eben halt an und das ist das Schwierige bei der ganzen Geschichte, dass man nicht vermutet, das sei die Psyche. Dann sagt er, ja ist klar, du hast ja eine Prüfung vor dir, jetzt hast du Angst und deshalb hast du die Beschwerden oder du bist ja gestresst worden, hast dich geärgert, was weiß ich, nicht im Lotto gewonnen oder erst bestohlen worden, was auch immer. Bei mir wurde gern gesagt, ich sei zu jung Mutter geworden und mein Mann würde mich zu wenig streicheln. Ja, das kann ja sein, aber ob das die alleinige Ursache ist oder der Hauptgrund, das ist damit nicht gesagt und das ist, was ich natürlich, weil Sie ja fragen, wie sind Sie denn weitergekommen? Also erstmal durch die Frage, warum bin ich so müde? Und alles untersucht und alles nachgeschlagen hinterher im Internet, was mit Müdigkeit in irgendeinem Zusammenhang stand. und dann natürlich muss man diese Bagatell-Erklärung, das ist ja eine Bagatell-Erklärung, ja, die ist fantasiert, die muss man erkennen und muss man beiseite räumen. Das lassen wir einfach jetzt mal da liegen, Sie haben das gesagt, kann ja sein, dass das auch noch unangenehm oder für Sie folgenreich war, dass Sie zu früh schwanger geworden sind. Das ist ja durchaus möglich. Aber wenn man das wirklich hinterfragt, erkennt man sehr deutlich, das stimmt eigentlich nicht. Ja, wenn man wirklich akribisch, detektivisch eigentlich vorgeht, ja, es gibt auch so eine Gruppe von Ärzten, die nennen sich Detektiv Medicals oder so ähnlich nennen die sich und die suchen eigentlich wieder Detektiv nach der Erkrankung und wir können uns nicht mit einfachen Erklärungen zufriedengeben. Vermeintlich ist der Gärtner wieder der Täter. Ja, könnte ja sein. Dann legen wir den erstmal ins Regal. Wer kommt denn noch in Frage? Und das muss man fragen, wo sind denn die Täter eigentlich, die möglicherweise zu ihrer Krankheit beigetragen haben? Und wenn ich also Ihre Geschichte nochmal rekapituliere, wie Sie die eben erzählt haben kurz, dann sind das ja alles keine erklärenden Erkrankungssymptome oder auch eigentlich sind es Syndrome, keine Erkrankungen. Eine Fibromyalgie ist ja keine Erkrankung. Eine Fibromyalgie ist ein Syndrom. Und Syndrom nennen wir in der Medizin eben halt ein Haufen, sage ich mal, von Symptomen, die irgendwann mal einen Namen gefunden haben, weil man nicht wusste, wie man damit umgeht. Das ist ja auch irgendwie dumm, wenn ich als Arzt nicht einen schönen Namen nennen kann. Also nenne ich das Kind einfach Fibromyalgie. Auch nur ein Behelf. Das ist ja auch, ist ja legitim, kann man ja machen. Aber man darf nicht da stehen bleiben. Und wenn Sie mich gefragt haben eben, wie sind Sie denn da weitergekommen? Indem ich eben nicht mich damit abgefunden habe, ja, du hast auch am Wochenende zu viel gearbeitet. Du hast also auch jetzt hier, was weiß ich, 100 Gießkern geschleppt. Du hast ja den Garten umgegraben. Deshalb bist du so müde. Ja, das stimmt ja manchmal. Und man wird sicher auch müde, wenn man Marathon läuft oder wenn man den Garten umgräbt oder sonstige schwere körperliche oder auch manchmal emotionale, stressige Tätigkeiten vollführt. Aber man muss dann weiterfragen. Und das ist das Wichtige. Das habe ich auch oft in meinem Podcast gesagt oder in den Videos, die wir gedreht haben, teilweise schon in YouTube auch zur Verfügung stehen. Man darf eben mit diesem primären, einfachen Erklärung sich niemals abspeisen lassen. Man muss weiterfragen, denn nur dann kommt man weiter. Wer aufhört zu fragen, hat verloren. Das ist wie beim Kampf. Ja, wenn ich gar nicht erst anfange zu kämpfen, habe ich schon verloren. Und das ist vielen auf dem Wege zur Gesundheit verloren gegangen. Die geben auf. Und ich muss immer wieder Reinhold Messner zitieren, nicht, weil ich gerne bergsteige. Ich habe gar keine Lust am Bergsteigen. Aber der ist auf alle 8000er ohne Sauerstoff nur deshalb gekommen, weil er das wollte. Und deshalb sage ich allen, wenn ihr denselben Weg der Suche macht wie ich, dann könnt ihr nur dann gewinnen, wenn er nie aufhört zu fragen. Und ich glaube, man sollte sich nicht auf den Konflikt mit seinem Hausarzt einlassen, weil der das vielleicht nicht versteht. Ich habe jetzt gerade eine Patientin gehabt, die hat furchtbar geweint, die war 45 Jahre alt. Ich sage, was weinen Sie denn? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Dann sagt sie, ich war in Freiburg an der Universitätsklinik und da bin ich von der Oberärztin beschimpft worden, also lauthals, weil sie das, was ich ihr als Diagnose mitgegeben habe, eine Barbisiose, eine Malaria des Nordens, hat sie sie also angeschrien, was sie sich einbilden würde, mit dieser Diagnose rumzulaufen. Die gäbe es ja gar nicht, die Barbisi in Deutschland. Und da bleibt mir dann die Luft weg und ich weiß auch nicht, was soll ich erst jetzt mal sagen darauf. Denn, wenn die Frau Ahnung hätte, dann würde sie sich nicht so benehmen. Benehmen kann sie sich offensichtlich auch nicht, denn im Knigge steht ja schon drin, wie man so mit Patienten, ist ja immer ein Dienstleistungsgeschäft, was man da vollführt. Ja, ich belasse mich ja auch im KDW nicht, wenn ich mir einen Anzug für 1.000 Euro kann beschimpfen. Wie komme ich auf die Idee, mir einen Anzug für 1.000 Euro zu kaufen? Das machen doch nur die Scheichs oder so. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja im Grunde dieselbe Situation. Also, worum passiert sowas? Das ist unklar. Und wenn man dann nachschaut, ich denke jetzt an ein Buch, was 1984 erschienen ist, was ich 1985 von meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, das heißt Veterinärmedizinische Protozoologie, das heißt also, das ist von Hund und Katze sozusagen die Einzellererklärung. Dann wird also in dem Buch sehr schön festgelegt, welche Art von Einzellern gibt es. Da stehen auch die Babesien drin. Und in diesem Buch, eigentlich von Biologen und Veterinären geschrieben und Parasitologen aber, da steht schon 1984 gedruckt, steht drin, dass die Babesiose in Deutschland Verbreitung immer mehr bei Menschen findet, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Parasitenerkrankung, die der Malaria durchaus vergleichbar ist, die sie gehabt haben mit einem Jahr, dass diese Erkrankung sich ausbreitet, auch bei Menschen. Das schreiben Biologen und Veterinäre 1984 und dann schreit eine Oberärztin der Freiburger Universitätsklinik eine Patientin von mir ab, die eine ganz differenzierte Frau ist, eine Geschäftsfrau, die hat ein Riesenunternehmen. Und dann fragt man sich wirklich, wes Geistes Kind diese Leute sind. Wenn das eine Ausnahme wäre, würde ich ja sagen, die Frau hat vielleicht eine Infektion und ist deshalb so aggressiv, denn das gibt es ja, die könnte eine Katze zum Beispiel haben, müsste man sie fragen. Denn die Leute, die von Flöhen gebissen werden, die diesen Erreger der Katzenkratzkrankheit, auch wenn das nicht immer mit Kratzen verbunden ist, kann auch ein Biss der Katze sein, kann auch ein Hundebiss sein, kann man auch dadurch bekommen oder durch einen Flohbiss oder durch einen Seckenbiss, all das ist möglich, oder durch einen Moskitostech, denn dieser Erreger wird von fast allen Stechensekten der Welt übertragen. Dann kann man sagen, gut, ja, der könnte ja aggressiv sein, vielleicht ist die Frau ja aggressiv. Aber wenn das ein Einzelfall nur wäre, würde ich mich da vielleicht auch gar nicht hinreißen lassen, das hier im Interview zu erwähnen. Aber wir haben dann Hausärzte, die sagen, was soll das denn, was sie da haben? Ja, so ein bisschen Antikörper. Der versteht überhaupt nichts von den Erregern, die diese Antikörper verursachen. Der hat keine Ahnung davon, was das für Symptome nach sich ziehen kann, insbesondere wenn man lange daran erkrankt, ohne dass man therapiert wird. Das heißt, hier scheint etwas abzulaufen, was nicht nur mir auffällt, sondern ich habe hier vor mir das Titelbild von einem Buch. Das sollte sich mal jeder merken. Das Buch heißt Die Infektiologie. Ja. Von vier ziemlich bekannten Infektologen, Dörr und Link und Lode. Lode ist hier zum Beispiel noch ein sehr guter Infektologe, der sich mit Nungenerkrankungen besonders gut auskennt. Und in diesem Buch steht ein Geleitwort drin. Und ich lese natürlich auch Geleitworte oder Vorworte von Büchern auch. Und das Interessante ist eben halt, dass hier jemand sich zu Wort gemeldet hat, 2004, im Übrigen kurz bevor er starb, hat er sich das hier aus der Feder erarbeitet. Und er schreibt eben halt hier, dass eigentlich die Infektiologie in Deutschland, und wir reden ja bei den Parasiten von Infektionen, das heißt, wir reden vom Fach der Infektiologie, was eigentlich, wenn es richtig gemacht wurde, in jedem Fachfeld, im Fachgebiet der Medizin ressortiert. Das heißt, wenn ich Augenarzt bin, gibt es Augeninfektionen. Wenn ich Gynäkologe bin, gibt es gynäkologische Infektionen. Wenn ich Chirurg bin, kann ich Wundinfektionen haben. Das muss man nicht unbedingt in Kriegseinwirkung haben. Wir wissen, es gibt ja auch diesen begrümmten Keim MRSA in den Kliniken, den man sich einfangen kann da. Aber in jedem anderen Fach der Medizin, völlig egal, welche Spachte, spielen die Infektionen eine Rolle. Und wenn dann, und das muss ich an dieser Stelle mal zitieren, wenn dann der Professor Doktor, Dr. HC Siegenthaler, so heißt er, ein ganz berühmter Schweizer Arzt, der noch bis ins hohe Alter wunderbare Kurse auch abgehalten hat, die hoch beliebt waren, und man hat ihm die Bude eingerannt da in der Schweiz, der schreibt, infolge der Fehleinschätzung beziehungsweise Unterschätzung des epidemiologischen Stellenwertes, das ist die Verbreitung von den Krankheiten, den Infektionskrankheiten und der Dynamik von Infektionskrankheiten. Und jetzt kommt was Übles. Infolge von Selbstzufriedenheit, Gleichgültigkeit und zum Teil auch Ignoranz, wir reden hier von Ärzten, sind gefährliche Defizite bei der Verhütung, bei der Erkennung, bei der Kontrolle und Bekämpfung dieser Infektionskrankheiten eingetreten beziehungsweise hingenommen worden. Auch der unzureichende Stellenwert der universitären Ausbildung der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten in Deutschland hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Und da muss ich sagen, das ist eine üble Kritik, die offensichtlich aber begründet ist, denn wir sehen jeden Tag in der Praxis oder auch bei den Klagen der Patienten, die uns anrufen, können Sie mir denn vielleicht helfen, dann kommen wir genau auf diesen Punkt, dass man offensichtlich das gemacht hat, was man im Englischen so schön nennt, they turn the blind eye to infectious diseases. Ich finde, das ist eine harmlose Erklärung noch für das, was er ziemlich scharf hier formuliert hat, denn niemand möchte über sein Berufsbild so etwas hören. Und das ist wirklich der Abgesang und da muss man wirklich dann überlegen und das liegt ja auch schon zurück, das Buch ist ja 2004 schon erschienen und wir haben ja 21, wie wir wissen. Hat sich etwas geändert? Nein. Da draußen ist zwar der große Kampf gegen die Viren, aber die Probleme, die wir behandeln hier oder über die wir eigentlich sprechen, die Parasiten oder auch die parasitär auftretenden EBV haben Sie eben gerade genannt. Die haben ja auch, diese Viren haben ja auch parasitische Strategien, die versuchen uns zu betrügen, die versuchen in die Nischen reinzukommen, ohne uns zu fragen, die versperren die Türe, die verändern auch genetische Dispositionen, die wir haben. Wir nennen das Epigenetik. Beispiel die Syphilis zum Beispiel, wenn der Vater fremd geht und schläft mit der Mama, Mama wird schwanger, dann entwickeln sich eben durch die Erreger große Probleme für die Nachkommenschaft. Die Kinder haben dann zum Beispiel Säbelbeine und Tonnenzähne, nicht weil die in der Familie liegen, sondern weil die Genetik verändert wird, so wie die DIP-Schalter hinten an so einem Verstärker zum Beispiel oder an einem Empfangsgerät. Da kennt man ja diese weißen Schalter. Das heißt, diese weißen Schalter haben wir auch in der Genetik und wir nennen diesen Vorgang des Umkippens dieser Schalter epigenetische Einflüsse von Infektionen, von Parasiten. Das heißt, wir sehen, das was ich als parasitisch bezeichne, das ist das Charakteristische, das ist nicht nur den echten Parasiten, den Würmern, Methazonen nennen wir die oder den Einzellern, Protozonen, Malaria, wie Sie gesagt haben, Toxoplasmose, könnte man zwei Stunden ein Interview zu machen, nur zu Toxoplasmose. Nein, diese parasitischen Eigenschaften sind eben halt auch den Viren und den Bakterien eigen und die nutzen sie, um schamlos sich sozusagen bei uns durchzusetzen und dann werden wir, um auf ihre vorgehende Frage zurückzukommen, werden wir müde. Genau. Und wenn wir müde, nur müde sind, haben wir Grund genug zu fragen, welcher Erreger könnte das machen und nicht umsonst sind es viele, die eine reaktivierte EBV, CMV, Sie nannten Pfeifersches Drüsenfieber, die eine reaktive chronische Infektion haben und chronisch heißt in diesem Moment, dass chronisch permanent dieses Sickness-Syndrom durch die Erhöhung der Zytokine, der Immunbotenstoffe, wir erinnern uns, Schaum, Wasser oder Sand als Löschmittel, diese Löschmittel werden dringend gebraucht, weil der Körper denkt, ich kann jetzt mit den Löschmitteln dieses Phänomen da, wo auch immer das ist, man guckt sich um, man weiß gar nicht, wo ist der Stachel, der parasitische Stachel, der verursacht die Müdigkeit über das Immunsystem und wenn wir dann zur Diagnostik kommen, früher konnte man sagen, ich mache jetzt die Boliose-Diagnostik, bin ich positiv, ja oder nein, habe ich vielleicht keine Erklärung für die Müdigkeit, wir können heute tiefer gehen, da können wir nochmal drauf eingehen, tiefer gehen wir auf jeden Fall mit der Diagnostik, wir haben heute tolle Möglichkeiten in den Laboren zur Verfügung, wir müssen sie nur nutzen, deshalb brauchen wir dann nicht eine kranke Patientin zu beschimpfen, die vielleicht ein Schrittchen weiter ist als die Oberärztin. Ja, genau, ja, so wichtig. Das ist so ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, diese chronische Müdigkeit, das Chronic Fatigue-Syndrom, da habe ich auch schon mit Betroffenen einen Film darüber gemacht und zwar haben wir Personen interviewt, die dieses Chronic Fatigue-Syndrom nach dem Epstein-Barr-Virus, also der Reaktivierung das Epstein-Barr-Virus erlebt haben, aber auch solche, die das mit Corona bekommen haben und jetzt das Interessante, jetzt kommt eine neue Gruppe dazu, da habe ich jetzt auch schon dazu Ärzte interviewt, nach der Impfung. Also wir haben tatsächlich dieses Phänomen, dass wenn unser Immunsystem gerade am Kämpfen ist und sich mit etwas anderem auseinandersetzt, dass etwas in unserem Körper aufflammt, was jetzt plötzlich Macht kriegt und aber dieses Etwas muss ja schon vorher in unserem Körper gewesen sein und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Patienten nicht einfach sagt, ja, ja, das war jetzt das EBV oder das war Corona oder das war halt mal eine Impfung oder irgendwas, sonst, dass man eben tief verbohrt und schaut, okay, was war vorher, was lag vorher schon im Argen und das, dazu brauchen wir die Diagnostik und da bin ich mega froh, wenn wir da auch noch reingehen können, was sie hier schon erfahren haben und wie sie das handhaben. Wenn wir gerne gleich detailliert machen, das soll auch so verständlich formuliert werden, dass da jeder mitkommt, auch der Betroffene, auch der viel, viel müder ist, als wir beide jetzt zusammen und vielleicht sich nicht so konzentrieren kann, die können ja oft auch langen Interviews gar nicht mehr folgen. Ich will nur ein Bild nochmal im Kopf festsetzen lassen. Ich habe zwei Heuschuber, in denen Heu liegt. Im einen ist ganz trockenes Heu, wir kennen das auch von der Waldbrandgefahr und im anderen ist feuchtes Heu. Jetzt schieße ich mal mit Leuchtspurmunition einfach in den einen Schuppen und in den anderen Schuppen. Jeder weiß, dann steht eben der trockene Schuppen in Flammen und der andere gar nicht und das ist das Wichtige, symbolisch jetzt mal betrachtet für den Menschen. Wir sind ja nie steril, auch das hat man uns jahrelang ja erzählt, das stimmt aber nicht, das Blut ist nie steril. Aber nehmen wir auch das Beispiel aus der Schule, da gibt es eine Klasse mit 20 Schülern, auch Schülerinnen sind vielleicht dabei. Drei davon haben Meningo-Kocken im Hals auf ihren Mandeln sitzen. Krank ist keiner. Jetzt kommt ein neuer Schüler in diese Klasse, der 21. Der hat etwas, da sprechen wir gleich drüber, kann man auch im Labor analysieren. Der hat etwas, was die anderen wohl nicht haben. Denn er kommt in die Klasse rein, nach einer Woche ist er krank, geht ins Krankenhaus, wenn er Pech hat, verstirbt er, weil nicht erkannt worden ist, dass er seine Meningo-Kocken, Meningitis hat. Eine ganz gefährliche, oft auch tödliche Erkrankung. Wie ist das möglich? Die rennen da alle rum in der Klasse, drei davon sind infiziert, selbst die direkt Infizierten sind überhaupt nicht krank. Da kommt ein neuer Schüler, der wird infiziert durch einen der drei und das Gesundheit kommt ja dann hinter in die Klasse, macht den Abstriche von allen und stellt dann fest, die drei waren infiziert, die anderen sind nicht infiziert und aus dieser Infektkette ergibt sich die unter Umständen tödliche Erkrankung für den neuen Schüler. Das heißt, dieser Schüler muss irgendeine Eigenschaft haben, die die anderen nicht haben und das ist entscheidend. Und deshalb ist es ein Unterschied, ob ich mich mit EBV oder der Nachbar sich mit EBV oder wer auch immer mit EBV infiziert, weil es ist immer die Frage, auf welchem Boden fällt das Ganze. Wer im Garten mal gearbeitet hat und wer Pflanzen ausgesät hat oder Salat angebaut hat, Tomaten, was auch immer, der weiß, da kann man nicht einfach irgendwas reinschmeißen in den Garten. Das muss alles zusammenpassen. So ist das hier auch bei den Infektionskrankheiten. Und das Interessante ist eigentlich und das war vielleicht auch damals für uns schon so wichtig, wenn der Patient dann kam und wir mussten ihm die Hand geben, der hatte eiskalte Hände oder eiskalte Füße, dann besitzt er schon eine Eigenschaft, der ist nämlich eigentlich im Winterschlaf und sein Immunsystem ist im Winterschlaf und sein Kreislauf ist im Winterschlaf und sein Gehirn ist im Winterschlaf und die Durchblutung ist im Winterschlaf und diese Winterschlaf-Situation, Hibernation, wie die Engländer dazu sagen, nämlich die Unterkühlung, die ist von extremer Bedeutung. Und wenn ich an meine Großmutter denke, die mir die ganze Hygiene beigebracht hat, die hatte gar nicht studiert, die hat bei der Henkel eine Lehre gemacht, bei dem großen Waschmittelkonzern, die hat dann damals auch gesagt, wenn wir rausgingen im Frühjahr und die Steine waren noch eiskalt und der Boden, wir sollten uns nicht mit dem Po irgendwie auf einen kalten Stein setzen. Warum? Naja gut, wenn es meine Schwester dann doch gemacht hätte, die war sehr schlau, die ist auch Ärztin, hätte sie sich jetzt hingesetzt, dann wäre der Po kalt geworden und am Po sehr nah ist ja die Blase, wie die Mädchen wissen und am nächsten Tag hat das Kind dann eine Blasenentzündung. Warum? Das hat sich ja nicht bei dem Freund angesteckt, anders bei der 17-Jährigen, die den ersten Freund hat. Wir kennen ja, was die dann machen. Da kann man sich schon anstecken, kann man auch schwanger werden. Aber hier ist also was ganz anderes vorgefallen. Offensichtlich hat die Unterkühlung ausgereicht, um dem Kind eine Blasenentzündung zu machen. Jetzt müssen wir fragen, genau da anknüpfen, wie Sie richtig gesagt haben, was war denn in dem Körper, was diese Blasenentzündung, doch nicht die Kälte macht die Blasenentzündung, die Erreger und die werden jetzt, wie Sie gesagt haben, die werden reaktiviert. Genau, und über diese Reaktivierung müssen wir jetzt zu dieser Zeit unbedingt sprechen und nicht über die Diagnosen. Ja, deswegen bin ich so froh, dass Sie heute hier sind und dass wir dieses Gespräch führen. Das muss nämlich, die Botschaft muss jeder mitnehmen. Ja. Und deshalb sagen wir auch allen unseren Patienten oder den potenziellen, also die dürfen auch eigentlich gar nicht in die Praxis kommen, wenn die nicht nämlich Folgendes gemacht haben, ihre Temperatur gemessen haben. Ja. Die müssen mit einem Thermometer im Mund unter der Zunge dreimal am Tag Temperatur messen. Und was bekommt man dann heraus? Dass vielleicht schon das Kind auf dem kalten Stein gesessen hat. Dann ist die Kälte schon bis im Mund sozusagen angekommen. Das heißt, wir haben viele Patienten, die krank sind, die müde sind, die verschiedene Infektionen oder Parasiten haben. Aber das Grundproblem, was sie haben, kalte Füße, kalte Hände, kaltes Immunsystem, was abwehrschwach ist. Genauso wie das mit der Blase bei dem kleinen Mädchen ist. Und am nächsten Tag ist die Infektion da. So ist das auch bei denen. Und das war sicherlich auch bei dem Jungen, der in die Klasse reinkam. Der muss eine Abwehrschwäche gehabt haben. Und die Abwehrschwäche fängt schon da an. Nicht, wenn ich richtig krank bin. HIV zum Beispiel. Jetzt Virus. Das braucht man gar nicht. Das reicht vollkommen aus. Sie haben kalte Hände, kalte Füße. Und damit sitzen sie schon auf einem kalten Stein. Und dann sind sie morgen, wenn sie mit dem Richtigen zusammenkommen, sei es ihr Freund oder sei es in der Klasse als Spielkamerad oder was weiß ich, in der Geschäftsbesprechung oder in der Schlange, wo man gestanden hat. Also das, was uns heute veranlasst, oft die Maske zu nehmen, sozusagen. Wobei man darüber diskutieren kann. Fest steht aber, der Magenkeim runs in families. Das heißt, die stecken sich, Küsschen hier, Küsschen da, mach's gut. Zack, ein Schmatzer. Manchmal nicht nur auf die Wange, sondern gleich auf die Lippen. Das ist ja auch viel schöner. Aber, dass dann Keime mit rüber gehen können, ist klar. Und wenn derjenige dann auf den Zähnen oder auf den Lippen die Helicobacter hat, dann nimmt der anderen die auf und dann ist er ein halbes Jahr später vielleicht krank. Was wir aber sagen wollen, was wir wissen müssen, und das muss jeder machen, der krank ist, jeder, der müde ist, muss das machen, jeder, der irgendwelche Symptome hat, immer erst die Temperatur messen. Denn da fängt es an. Wir haben viele Menschen heute in der Gesellschaft, wahrscheinlich 20, 30 Prozent, die sind unterkühlt. Die haben, wie wir das nennen, eine zu geringe Basaltemperatur. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein sehr, 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 sehr häufiger Grund. Und wenn wir das heute abgleichen mit der Erfahrung, die wir haben, dann sehen wir, genau das sind die Patienten, die chronisch müde sind, die eine sogenannte chronische Boliose haben, die ein chronisches Kuhfieber haben, zum Beispiel, hat mit Kühen nichts zu tun, wird mit Kuh geschrieben. Das sind also Infektionskrankheiten, die manchmal Lungenentzündung machen können, die eigentlich bei dem normalgesunden, dem normaltemperierten, sage ich jetzt mal, jetzt wissen wir das ja mittlerweile, ganz normal ablaufen, wie die Grippe kommt und geht. Und Schluss. Aber andere bleiben da dran kleben. Die sind permanent müde. Die haben permanent Schmerzen. Die haben permanent Ängste. Und sind permanent auch, und da erzähle ich gleich noch ein ganz anderes wichtiges Beispiel, eine Arbeitshypothese von mir. Die kommen also aus dem Loch nicht mehr raus. Jetzt stellen Sie sich eine andere Sache vor. Wir schießen jetzt nicht mit Leuchtspurmunition in die beiden Scheunen oder die Heuschuber. Wir haben einen Autounfall. Wir stürzen beim Skilauf. Enorme Schmerzen. Beine abgedreht. Komplizierter Bruch, bis dann der Hubschrauber kommt, bis ich meine Spritze habe. Geht das Kortisol bis an die Decke. Was macht das Kortisol? Dasselbe, was das Kortison des Orthopäden, der mich abgeschossen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier steigt das Kortisol an. Und das Kortisol macht nichts anderes, um uns zu retten, eine Schwächung des Immunsystems. Damit das nicht auch noch Theater macht. Und das ist dann das Problem dessen, der einen Autounfall hatte und sagt, seit dem Autounfall komme ich nicht mehr auf die Beine. Ständig müde, manchmal depressiv. Viele andere Symptome noch. Kann auch Fibromyalgie sein. Hier muss man Folgendes überlegen. Genau wie ich durch den kalten Stein meine Blasenentzungen bekommen kann, kann ich durch den Kortisolanstieg, durch die schweren Schmerzen, die ich hatte während des Unfalls und in der Nachphase oder vielleicht auch nach der Operation, durch diesen extremen Stress, renne ich in die Immunschwäche hinein. Und wenn ich jetzt, und das hatten Sie eben so schön gesagt, wenn ich jetzt Erreger im Körper habe, und die hat ja jeder, dann werden die jetzt reaktiviert. Deshalb ist für mich heute klar, jede posttraumatische Belastungsstörung ist eine reaktive Infektionskrankheit. Und damit sind wir beim Nächsten. Jetzt sind wir bei den Mädchen. Die haben ja etwas, was wir Jungs nicht haben. Die haben nämlich diesen Zyklus und haben ihre Blutung. Und wie viele haben, und das habe ich schon vor über 15 Jahren gesagt, haben ihre prämenstruellen Beschwerden. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, warum Sie die prämenstruellen Beschwerden vielleicht mal gehabt haben oder wie um die andere haben? Da kommen Sie nicht drauf. Ich erzähle es Ihnen eben. Ganz einfach. Wenn Sie schwanger werden wollen, dann kennen Sie ja das übliche Spiel, wenn der Mann dann zu Ihnen kommt, dann will er sein Sperma loswerden und durch das Sperma werden Sie eben halt schwanger. Das alte Spiel... Das ist sehr romantisch erklärt. Sehr romantisch. Das ist sehr romantisch erklärt. Aber das ist Fremdeiweiß. Ja. Was hat unser Immunsystem durch die Evolution gelernt? No way. Das ist nichts für mich. Alles, was fremd ist, wird abgelehnt. Okay. Wie will die Frau denn dann schwanger werden? Das geht doch gar nicht. Doch. Das Immunsystem, auch aus der Evolution gelernt, wird in der prämenstruellen Phase, Lutealphase heißt die, heruntergeregelt, damit Sie nicht Fremdeiweiß, wenn es denn da ist, ablehnen können und damit Sie schwanger werden. Das heißt, wir haben es hier in dieser prämenstruellen Phase mit einer Immunregulation, die genetisch bedingt ist, sozusagen aus der Evolution heraus, damit sich die Rasse fortpflanzen kann, sehen wir eine Schwächung des Immunsystems ganz bewusst. Und jetzt kommt der Trick und das ist genau das, was Sie eben gesagt haben. Jetzt schließen wir sozusagen da hinein. Die Erreger merken, die Katze ist aus dem Haus. Jetzt springen die Mäuse über Tisch und Bänke. Das ist ihr prämenstruelles Syndrom. Ja. Deshalb habe ich schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren, glaube ich, sogar gesagt, jede Frau, die prämenstruelle Beschwerden hat, hat eine Infektion, die versteckt ist, die aber dann wieder in Schach ist, wenn die Katze wieder zurückkommt. Ja. Wenn sie durch sind mit ihrer Periode, aha, alles wieder. Ein Glück. Aber es fragt sich niemand, was ist denn da eigentlich wirklich passiert? Warum hatte ich denn die Beschwerden? Ja, das haben viele Frauen. Nehmen Sie die Pille, nehmen Sie Antidepressiva. Genau. Kann man ja machen, wenn das hilft. Warum nicht? Wer hilft oder wer heilt, hat recht. Aber es ist ja keine Heilung. Es ist ein Betrug. Ja, denn sofort nach einer gewissen Zeit, wenn das Ibu nicht mehr wirkt, wenn die Schmerztabletten nicht mehr helfen, wenn das Cortison nicht mehr hilft, wenn ich das absetze sozusagen, kommt alles wieder. Und dann muss, und das ist ja auch, was ich in meinem Prozess gelernt habe, ich hatte auch Antibiotika genommen und dann kommt das trotzdem wieder. Wie geht das denn? Ja. Warum kommt denn das wieder? Ich habe nichts gegen Antibiotika. Die sind heute ziemlich verhetzt. Viele können noch mit Antibiotika gerettet werden. Und wenn jemand schimpft auf Antibiotika, dann sage ich immer, pass mal auf, Freundchen, wenn du die Lepra dir anguckst oder die Tuberkulose, da kommst du ohne Antibiotika gar nicht aus. Diese Menschen bekommen für ein bis zwei Jahre manchmal sechs Antibiotika, vier IV, zwei oral und die sterben nicht da dran. Die gehen auch nicht kaputt an der Darmdysbiose. Dass der Darm sich nicht freut, das verstehe ich ja. Dass wir wissen, wie wir damit umgehen, das sollten wir wissen. Wir können die Schäden ja, die Kollateralschäden ja wieder beseitigen. Das nennt man heute Probiotika oder sogar Präbiotika. Da gibt es tolle Sachen heute. Ich kann sogar her... Oder ausgewogene Ernährung wäre auch toll. Ja, ausgewogene Ernährung. Oder ich kann ja heute in ein wunderbares Labor schicken. Davon gibt es mehrere. Die können mir ganz genau sagen, welche Keime, wie viel, ob die sich verschoben haben, wo was fehlt. Ich kann selektiv heute sagen, das fehlt mir, Akamansia und wie die alle heißen. Das kann ich wunderbar modulieren. Wie eine Orgel kann ich da registrieren. Und früher konnten wir das gar nicht, weil wir gar nicht gewusst haben, welche Population da im Darm ist. Wie kann ich die überhaupt messen? All das geht heute. Und im Grunde können wir heute viele, viele Fragen nicht nur stellen, sondern sie können wir alle differenziert beantworten. Das Problem nur, dass der Hausarzt sagt, ja, das zahlt ja Ihre Kasse nicht. Und jetzt kommt was, was ich unglaublich wichtig finde, was hier jeder, der zuhört, mitnehmen soll. Der Hausarzt soll mir nicht sagen, was die Kasse bezahlt oder nicht. Der soll mir sagen, was ich brauche. Und wenn der sagt, hör mal zu, du musst diesen Test haben, der kostet 50, 60, 80, 100 oder 500 Euro, dann sparst du da drauf, denn das brauchst du, um zu wissen, warum du krank bist oder um zu erkennen, welche Therapie du brauchst. Denn sie kaufen sich doch die Handtasche zum Beispiel und nicht mit der AOK-Karte. Wer geht denn in die Pizzeria mit der AOK-Karte? Habe ich noch nie bezahlen können. Ja, gut, ich bin nicht bei der AOK. Aber verstehen Sie, was ich sagen will? Und hier muss auch von Seiten der Betroffenen, von Seiten der Kranken ein Umdenken erfolgen. Nicht der Staat ist für alles zuständig und meine Krankenkasse ist auch nicht für alles zuständig. Dass die vielleicht nachdenken müssten und vielleicht viele Sachen bezahlen müssten, die man heute schon nachweisen kann, das lassen wir mal außen vor. Das ist gar nicht unser Thema. Das Thema ist ja, sie sind krank, ich bin krank, andere sind krank, die Zuhörer sind krank, die wollen doch da raus. Und dann ist das ein Aspekt, den man niemals vergessen darf. Auch ich muss mich bemühen. Ich muss unter Umständen eine lange Therapie machen. Die kann sehr lang sein. Die ist auch nicht angenehm. Das ist kein Wellness. Die Therapien, die wir machen, sind durchaus manchmal auch nicht schädlich, aber unangenehm. Aber ich muss dann auch wissen, dafür muss ich Geld anfassen. Natürlich gibt es viele, die heute kein Geld haben. Ich sehe das bei den russischen oder anderen Ethnien zum Beispiel. Die leihen sich das dann von der Tante, vom Onkel, vom Vater, vom Großvater, wie auch immer und sagen, ich habe gehört, ich muss das machen. Können wir mal gucken, ich habe jetzt die 300 Euro, die 400 Euro, die 500 Euro zusammen. Wenn ich aber diesen Kampf nicht führen will, wenn ich von vornherein sage, ich habe ja kein Geld und dann bin ich lieber depressiv oder habe lieber Schmerzen, kann ich das auch respektieren und verstehen. Aber wenn wir weiterkommen wollen und das ist ja genau das, was ich sage, der Anspruch muss da sein. Wenn ich nicht auf die 8000er will, komme ich da nicht hoch. und ich will ja aus meiner Fibromyalgie raus. Ich will aus meiner Müdigkeit raus und das war meine Motivation. Jeden Tag gesagt, hunderttausend Mal, ich will da raus. Das war auch der einzige Spruch, den ich zur Verfügung hatte. Man leidet viel, man ist müde, man denkt, man kommt nicht weiter. Aber ich habe mir gesagt, ich will da raus. Egal, was die anderen gesagt haben. Ja, es ist schwer. Ich habe das heute wieder bei einem Patienten gesehen, wo die Mutter dann sagt, ja, hör auf, das ist deine Psyche und so weiter. Das ist sehr häufig. Auch die Betroffenen haben Verwandte, Freunde, Mutter, Vater, Familie, Frau und Kinder, die natürlich dann oft, wenn derjenige lange krank ist, nicht mehr zuhören. Das ist eine Katastrophe. Aber die leiden genauso unter demselben Syndrom, denn auch sie haben im Fernsehen gesehen oder von ihrem Hausarzt gehört oder von einem Bekannten, der vielleicht auch noch Arzt ist. Was soll denn der Quatsch? Ja, hört doch endlich mit der Suche auf. Ja, man kann sich doch nicht den ganzen Tag hier selbst bespiegeln und im Internet noch ständig was nachgucken und so. Wer sich dagegen nicht durchsetzen kann, hat es ganz schwer. Und dass man dabei sehr einsam werden kann, das ist mir klar, wie aus vielen Beispielen bei meinen Patienten auch. Das gibt Tränen, das gibt Depressionen noch zusätzlich, die dann sekundär ist, weil der Krankheitszustand eh schon depressiv macht. Aber wenn man nicht geholfen wird, wie man so schön sagt, also wenn einem keiner hilft, dann ist das natürlich im Grunde der Tiefschlag, von dem sich so mancher nicht erholt und so mancher geht dann auch unter den Zug. Wir haben es ja gesehen bei dem berühmten Fußballer, den jeder kennt, der mit E anfängt, der ist dann trotz der Antidepressiva unter dem Zug gestorben, unter dem ICE. Und ich glaube, und wenn wir einen Anspruch haben, wir zwei, die wir hier sitzen im Interview und auch mal ernst sein, ganz ernst sein wollen, es gibt viele, die verzweifelt sind, die schon oft mit dem Gedanken gespielt haben, ihr Leben zu beenden, egal wie jung die sind oder wie alt die sind, egal ob die viel oder wenig Geld haben, manchmal vielleicht auch noch liebende Menschen um sich herum, aber die Verzweiflung kann so groß werden, dass eben halt hier dann einfach die Reißleine gezogen wird und da kann ich nur warnen, natürlich, ich habe einmal einen Menschen gerettet, der war 19, der hat mir dann einen K.O.-Schlag versetzt, ich bin quer mit einem weißen Kittel quer, war damals Praktikant, quer durch den Saal geflogen da, weil er sagte, wie kommst du dazu, dich in mein Leben einzumischen, ich wollte sterben und nicht wieder leben, du hast mich ins Leben zurückgeholt, das war mir eine Lehre, da war ich auch noch sehr jung, ich glaube, war 23 oder so und die Wange tut heute nicht mehr weh, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und ich fand eben diesen Ausspruch gut, also wer sich wirklich verabschieden will, den wird man nicht halten, meine Großmutter sagte auch immer, Reisende kann man nicht aufhalten, aber wir sollten uns überlegen, ob dieser Entschluss richtig ist und wenn der Entschluss begründet ist, weil ich vielleicht eine irgendwie geartete, absolut nicht therapierbare Erkrankung habe, aber wo sind die, dann kann man das ja vielleicht verstehen, aber wir sollten immer wieder fragen, habe ich wirklich alle Fragen gestellt, habe ich alle Antworten erhalten und wenn man dann nur die Frau vor sich sitzen hat, die sagt, hör endlich auf damit, dann ist das die falsche Frau und wenn der Arzt Ähnliches sagt, dann ist das der falsche Arzt und dann muss man versuchen, die letzten Kräfte noch zu mobilisieren, aus dieser Praxis rauszugehen und zu sagen, was habe ich da gehört, da gibt es doch noch, da war doch noch, da ist doch noch was, da soll es doch so ein Labor geben, kann ich das nicht doch nochmal machen und das ist wichtig, nicht alle sind in dieser dramatischen Situation, aber es gibt viele, viele und ich nehme an, es sind Hunderttausende, die in solchen schwierigen Situationen sind und denen muss man Hoffnung geben, deswegen sage ich immer diesen scheußlichen Spruch, wenn der erste Sargnagel drin ist, dann ist es zu spät, mach das vorher, geht auf den Weg, hört nicht auf, gebt niemals auf, der Tod kommt dann schon irgendwann, wenn man gar keine Kraft hat. Ja, es ist genau das und ich finde das so wichtig, dass Sie das nochmal herauskristallisiert haben in diesem Gespräch, meine Erfahrung ist, der Mensch kommt auf viele tragische Momente klar, worauf wir nicht klarkommen, ist, wenn uns nicht geglaubt wird, wenn wir für verrückt abgestempelt werden, wenn wir nicht ernst genommen werden, da entsteht eigentlich das wahre Trauma. Ja, es ist schlimm, krank zu werden, ja, es ist schlimm, wenn Viren oder Parasiten einem lähmen, aber viel schlimmer ist es, vor einem Weißkittel zu stehen oder vor Verwandten, die einem sagen, man bildet sich das ein oder man, ja, Sie wissen, was alles gesagt wird. Ich weiß, was gesagt wird und ich glaube, es ist gut, dass Sie das an dieser Stelle sagen, wir müssen das auch für alle nochmal ganz eindeutig definieren. Das ist die schwerste Herausforderung, das ist oft schlimmer als die Diagnose, mag sie noch so tödlich klingen wie Krebs, ich meine, auch das ist ja heute keine Krankheit mehr, vor der man nur diese unglaubliche Angst haben muss und auch das ist nochmal zu sagen, Angst braucht man überhaupt nicht, denn auch die Angst blockiert ja und die Angst verhindert Fragen zu stellen, geschweige denn Antworten zu erhalten, aber das ist natürlich hart und bitter, wenn die eigene Mutter einem dann gegenüber steht und sagt, höre endlich auf mit deinem Blödsinn oder der Arzt sagt ähnliches wie das die Oberärztin da in Freiburg gesagt hat, wo ja auch noch eine Diagnose, klar, vor Augen war, der Befund war ja da, ja, und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die werden wir auch durch Aufklärung nicht hinbekommen, das heißt, diejenigen, die attackieren, diejenigen, die sagen oder bagatellisieren, die werden wir nicht zur Raison bringen, deshalb ist der Ansatz nicht das Umfeld und die Umwelt, auch nicht die anderen Ärzte, die kann man nicht belehren, das ist ein ganz großes Problem, sondern das muss der Betroffene von sich aus machen und es ist ja tragisch, entweder der schafft das oder nicht, aber viele sind ja sozusagen in Warteposition, die zweifeln noch an sich und wir sollten versuchen und das sehe ich ja und das habe ich ja eingangs auch im Vorgespräch gesagt, die Patienten, wenn ich sie frage, warum kommt der denn zu mir, die sagen nicht ja, weil du so ein schlauer Arzt bist, weil du alles weißt, weil du die ganzen Labore kennst, weil du alle Parasiten kennst und weißt, wie die ticken, nein, die sagen, sie haben gesagt, mach dich auf den Weg, versuch noch einmal und das, was ich sagen will, ist eigentlich, ich glaube euch, wenn ihr sagt, ihr habt Kopfschmerzen, wenn ihr sagt, ihr habt Panikattacken, wenn ihr sagt, ihr habt Ängste, macht das noch so unbegründet sein, wir kennen ja die Zusammenhänge, wir wissen, was Ängste macht, nicht nur der Mann, der hinter einem mit dem Messer steht, macht einem Angst, sondern Ängste entstehen auch chemisch im Kopf, man hat ja Untersuchungen gemacht in Amerika mit 30-jährigen gesunden Männern und in bestimmte Substanzen, die wir Immunbotenstoffe nennen, zum Beispiel TNF-Alpha eingespritzt, was bekommen die? Die bekommen zumindest das, was sie Fibromyalgie nennen. Na, das ist ja interessant. Das heißt, Kleinstmengen von diesem Stoff einfach gesunden eingespritzt, macht genau das Fibromyalgiesyndrom und wenn dieser Stoff wieder weg ist, bei denen wird er ja abgebaut und das müssen wir ja auch nochmal besprechen, dass ja viele Dinge nicht abbauen können, weil sie genetisch disponiert sind. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, giftelos zu werden. Sie haben Entgiftungsstörungen und alle Erreger sind, alle Parasiten sind mit Giften verbunden. Ascaris, der Spulwurm, ist so giftig, wenn sie den mit nackten Fingern anfassen, das machen manche Mütter, weil sie ekelhaft, auch du den weg, dann können die einen schweren allergischen Schock bekommen, einen anaphylaktischen Schock nur durch die furchtbaren Gifte, die oben drauf sind. Das heißt, alle Parasiten, alle Erreger haben mit Giften zu tun und wer dann eben halt schlechte Karten hat, sage ich mal, weil die erbliche Disposition von Vater, Mutter oder der gesamten Familie so aussieht, dass da noch Entgiftungsstörungen dabei sind oder vielleicht auch noch Immunabwehrstörungen, auch die können vererbt werden, dann haben die natürlich ein besonderes Problem. Aber dann muss man eben halt auch diese Sachen untersuchen und dann muss man sagen, vielleicht bist du vergiftet, weil du nicht entgiften kannst und wenn dann man den Fächer aufmacht, wie die Federn des Vs hinten, haben wir mal gesehen, dann sind das nämlich unglaublich viele Federn, die alle wunderbar bunt sind und wenn man dann da hineinsteigt und in diese Fragen wirklich intensiv und ernsthaft einsteigt, dann sieht man ja, guck mal, ich habe ja die und die Disposition, nennen wir mal nur die Erkrankung Bechterew, vielleicht haben Sie von mir gehört, diese Rückenerkrankung, das ist eine definierte erbliche Belastung, die man HLA, Human Leukocyte Antigen nennt, also das sind Eigenschaften, die auf den weißen Blutkörperchen, Leukocytes, Leukozyten sitzen und die kann man identifizieren, das heißt, man kann eine HLA-Disposition haben, die heißt in diesem Fall HLA-B27 und wer die Disposition hat, der hat eine große Chance, den Bechterew zu bekommen, wenn noch Parameter 1, 2 oder Option 2, 3, 4 noch dazukommt und er ist auf jeden Fall, was Infektionsabwehr geht, geschwächter gegenüber dem, der dieses Erbmerkmal nicht geerbt hat, also wenn ich die HLA-B27 Disposition nicht habe, habe ich eine stärkere Abwehrkraft und habe praktisch keine Chance, den Bechterew zu bekommen und das muss man auch sehen und dann erklärt sich ja, warum bin ich so, wie ich bin, warum habe ich die Schmerzen so oder so und dann muss man versuchen, natürlich auch durch die Erklärung den Menschen erstmal zu beruhigen, indem man ihn ernst nimmt, der Diagnose nachgeht, diese Eigenschaft nachweist, vielleicht auch noch sieht, Mensch, du bist ja besonders gefährdet, du musst dich bei Parasitenbefall, bei Bakterienbefall, bei Virenbefall besonders schützen oder du musst eben halt eine konsequentere oder längere oder anderes geartete Therapie haben als der andere, der wird damit fertig, den kann ich anhusten, der kriegt keine Tuberkulose, ja, und das ist das, was man wissen muss, ich kann auch eine gewisse Schwäche geerbt haben, aber mit Schwächen muss man umgehen, die muss man aber erstmal kennen. Oder man darf auch lernen, es zu feiern. In meinem Fall ist es ja so, dass ich eine ganz strikte Diät halte und für mich ist es jetzt gar nicht mehr schlimm, es ist gar kein Verzicht oder so, aber ich kann einfach Lebensmittel, die entzündungsfördernd sind, die also mein Immunsystem ablenken, die meide ich natürlich, also ich esse alles frisch, möglichst pflanzenbasiert, kein Gluten und so weiter, kein raffinierter Zucker und ich weiß für mich, ich habe da vielleicht genetisch einen Schaden erlebt und ich kann jetzt da einfach nicht zurück wie jemand anderes, der einfach alles in sich rein essen darf, mal schön gesagt, sonst ich darf da wirklich die Sachen mit vor sich genießen oder eben ich lasse sie ganz weg. Aber wenn in dem Moment, als ich das erkannt habe, warum das so ist und wie ich meinem Körper helfe, dass er in diese Selbstheilungskraft kommt, mache ich das auch gerne, weil ich ja in Beziehung bin mit meinem Körper, weil wir ja ein Team sind und für mich ist es unterdessen auch nicht mehr tragisch, auch die Entgiftung, die ich gemacht habe, natürlich Entgiftungserscheinungen sind auch nicht schön, ich weiß nicht, wie das bei den Patienten ist, also wenn man auch entwurmt und all diese, ich weiß auch nicht, mit was sie arbeiten, darauf können wir vielleicht auch noch zurückkommen, aber dieser Prozess, wo der Körper dann die Sachen ausleitet, das ist ja auch immer anstrengend. Aber auch da, wenn man in dieser Achtung vor dem Körper, dass der das jetzt macht und dass man das gemeinsam macht, das ist, also für mich, ich bin da so in eine Selbstermächtigung gekommen und ich habe mich auf einer ganz anderen Seite auch kennenlernen dürfen. Wissen Sie, der eine Sportler, der macht das mit seinem Fußball, der wird mit seinem Fußball ein Megateam und kann da Kunstwerke machen. Ich werde mit meinem Körper zur Künstlerin, weil ich herausfinde, welche Tricks wir anwenden können, dass wir gemeinsam dann doch noch gesund altern können. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Vorsatz und gut, dass Sie das auch so geregelt haben. Ich glaube, das machen auch viele so. Ich will aber noch einen interessanten Aspekt dazu ergänzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben fünf Kinder und vier sind schon in der Badewanne, das Wasser steht schon sehr hoch und die waren sehr clever, die wollen die Mama mal ärgern und haben also den Abfluss, den haben sie verstopft und jetzt kommt Mama und will das fünfte Kind auch noch reintun. Was passiert natürlich? Die denkt vielleicht, das Wasser läuft jetzt über den Überlauf ab. Nein, die Wanne ist voll und die läuft dann entsprechend über. So ähnlich ist das Phänomen auch im Immunsystem. Das heißt, wenn schon zwei, drei Stachel drin sind, ist irgendwie das Wasser bis zum Rand und dann kann es auch sein, dass man zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit hat oder erwirbt sozusagen, die vielleicht vorher gar nicht da war. Deswegen gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen und zwingen die Patienten nicht unbedingt, ja, das musst du dein Leben komplett umstellen. Das muss weg, das muss weg, das darfst du nicht mehr und so weiter. Das ist ja auch eine Riesenbelastung. Da kommt ein Kranker an, der weiß kaum noch, wie er atmen soll und wie er sich vorwärts bewegt. Unter Schmerzen kam der zu mir in die Praxis und jetzt sage ich dem erstmal, also das muss alles anders werden in deinem Leben. Das mache ich nie. Das ist auch eine Riesenbelastung. Ich sage nicht, dass ich die Glutenüberempfindlichkeit oder die Empfindlichkeit eben halt ignoriere. Aber ich frage mich auch, ist die Wanne voll und wer sitzt denn schon in der Wanne? Kann es sein, dass ich, wenn ich zwei Kinder rausnehme, dass dann trotzdem das Gluten vertragen ist, das fünfte Kind sozusagen als Gluten, dann läuft die Wanne nicht mehr über. Das heißt, ich kann doch noch Gluten tolerieren. Und da fällt mir eine Sache ein, die wir unbedingt berücksichtigen müssen, wenn wir von Parasiten sprechen. Auch die Parasiten leben ja hinter uns im Milieu, im Host, wie das ja im Englischen heißt, im Wirt. Und dieser Wirt kann ja schon nicht unbedingt dadurch, dass er eine Entgiftungsstörung hat, da kann man nochmal drauf eingehen, zum Beispiel belastet sein. Der wohnte nämlich oder wohnte einmal oder war vielleicht in Ferien einmal in einem Ferienhaus, was Schimmel hatte. Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmel. Und jetzt komme ich da rein und dann lebe ich da vielleicht für die 14 Tage des Urlaubs und atme nun diesen Modergeruch ein. Das Tragische daran ist, der Körper kann das nicht entgiften, weil das sind kleine Moleküle und im Darm, wenn das wieder raus will mit dem Stuhl, wird immer wieder schnell, das ist ja klein, das gehört uns, das muss wieder her, wird das rückresorbiert, wie wir das nennen. Und jetzt ist damit die Wanne voll. Jetzt wird kaum noch was vertragen. Wir haben uns zu erinnern an das, was ich mit dem Sperma, eben mit dem Fremdeiweiß gesagt habe. Das darf ja schon nicht in Ihren Körper rein. Da gibt es nur einen Trick, die Lutealphase, um das zu erlauben für eine kurze Zeit, damit sie schwanger werden. Was aber, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal als Kind in einem Keller gelebt habe, weil ich da meine Spielzimmer hatte oder so ähnliches, wo eben halt doch Pilze waren, gesteckte Pilze. Es geht nicht um die Spuren, es geht um diesen Modergeruch. Das ist das Gift, was eigentlich wichtig ist. Gegen die Pilzspuren haben wenige Allergie, ganz, ganz wenige. Aber für das Einatmen dieser Pilzgifte sind die eben halt doch sehr empfindlich, die Menschen. Und wenn man dann vollläuft, dann entscheidet sich auch wieder, habe ich einen guten Entgiftungstyp, bin ich genetisch disponiert, ja oder nein. Und jetzt habe ich die Wanne voll und jetzt geht nichts mehr. Und jetzt habe ich plötzlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, jedweder Art. Gluten wäre da besonders imponierend. Und wenn ich jetzt hergehe, erkenne, dass ich pilzvergiftet bin, ich mache mich frei von diesen Giften. Da kann man sich bestimmte Programme dann vorstellen. Weiße Kohle gibt man dann, kann man das absorbieren. Dann ist dieses Gift raus, dann ist dieser Stachel weg. Und siehe da, und das sehen wir bei vielen Patienten, jetzt können die auf einmal wieder vorsichtig das Gluten einführen und haben keine Glutenunempfindlichkeit mehr oder Überempfindlichkeit mehr. Ich will damit sagen, auch hier haben wir noch so einen kleinen Baukasten, mit dem wir spielen können. Wir müssen nicht gleich sagen, ja, ich habe eine Glutenüberempfindlichkeit. Und dann ist das wie Schicksal sozusagen. Auch diese Dinge muss man hinterfragen und muss sagen, aha, gibt es vielleicht noch andere Spieler? Gibt es vielleicht noch ein zusammengesetztes Mosaik, wo mir vielleicht noch zwei Steine fehlen, aber fünf Steine sind schon da. Und dann kann ich wieder den neuen Weg in die Zukunft wagen. Denn viele mögen ja nun mal gerne Bagel oder wie auch immer die heißen oder Sie wissen, was ich meine, leckere Backwaren. Ich bin ein großer Freund von Backwaren. Ich liebe Hefeteig und ich komme aus dem Rheinland. Da heißen die Teilchen und dann ist da Pudding drauf und dann ist noch Obst drauf. Es ist nicht so schön, wenn man mir sagen würde, hör zu, du darfst das nie mehr essen. Deshalb habe ich auch da einen Weg versucht zu finden und wir haben diesen Weg heute, wo wir sagen, ja, wir wollen wenigstens prüfen, ob dieser Stachel im Immunsystem, die Unverträglichkeit des Glutens, absolut schicksalhaft bedingt ist oder kann man das noch aufheben, indem man noch einen tieferen Blick ins Immunsystem wagt und dann eben halt sagt, oh, hier ist ja noch eine toxische Belastung, die man interessanterweise an einem Augentest feststellen kann. Kontrastsehtest heißt der. Und das ist ganz einfach, dauert 15 Minuten und dann kann man sagen, ja, diese komische Hütte, in der du mal da gewohnt hast, da wolltest du unbedingt mal in der Scheune schlafen und die war total feucht, da roch es so stark nach Modergeruch und das hat dich belastet. Das geht dann auch bei 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, denn das geht ja von selber nicht mehr. Ja, das darf man dann auch ausleiten. Das darf man dann ausleiten. Und diese Prozesse, wie Sie ja sagen, diese Ausleitprozesse sind natürlich manchmal anstrengend. Ja, super anstrengend. Und das ist keine Wellness. Wir machen natürlich auch Wellnessprogramme, wir nennen das Aufbau, wenn die Leute zum Beispiel B12-Mangel haben, Vitamin B12-Mangel und sind total müde. Das ist ein großer, wichtiger Punkt, warum man Müdigkeit haben kann. Vitamin B12 darf man nie haben, Vitamin B12-Mangel. Alle anderen Vitamine kann man im Mangel sein, aber niemals B12. Dann sterben hier oben nämlich die Neuronen. Wenn 60 Prozent kaputt sind, dann merkt man das erst und die kommen auch nicht mehr von selber wieder. Also B12-Mangel macht auch enorm müde und macht ganz, ganz komplizierte Syndrome und auch Symptome. Da muss man dran denken. Das ist dann einfach und das macht dann Spaß, weil der sagt, oh, was war das denn, was für eine Spritze, du mir da gegeben hast? Am nächsten Tag fühlt er sich wohler. Das wäre dann Wellness. Aber das andere, was Sie schon gesagt haben, ist unter Umständen anstrengend. Therapien sind eigentlich immer anstrengend. Wie ein Marathonlauf, da kann man auch nicht sagen Wellness. Da liegt man hinterher auf dem Boden unter Umständen und kriecht durch das Ziel. Haben wir ja oft genug im Fernsehen gesehen und das wollen wir natürlich nicht mit unseren Patienten. Die sollen also dann nicht aus der Praxis kriechen danach. Aber es ist anstrengend. Das haben Sie völlig richtig erkannt. Ja. Ich glaube, wir haben ja viele Sachen jetzt gesagt, die für viele ganz, ganz wichtig sind und die ihnen auch Mut machen sollen, wieder nochmal zu fragen, was steckt bei mir dahinter? Warum bin ich eigentlich krank und immer noch krank, chronisch krank? Und dann muss man, wie Sie das so schön sagen, ja ehrlich fragen. Habe ich das wirklich? Ich lege das alles auf den Tisch. Das wird bei uns ja gemacht. Die dürfen alle Akten mitbringen. Zwei, drei, vier, fünf Ordner. Und dann gehen wir das einzeln durch und sagen, was fehlt denn noch? Und dann interpretieren wir das gemeinsam und versuchen eben halt die Spuren deutlich zu machen. Und dann gehen wir und wandeln wir auf den neuen Wegen für den Patienten, um ihm eben zu zeigen, wie man doch aus dieser komplizierten Situation wieder herauskommt. Und deshalb kann man sagen, bevor das nicht alles geprüft ist und vor allen Dingen, bevor nicht eure Körpertemperatur gemessen wurde, kann man nicht sagen, ich habe schon alle Antworten und ich kann mich nur noch fügen. Und dieses Coping, wie das im Englischen heißt, finde ich gar nicht so schön. Da werden ja auch Kurse angeboten, dass ich mich damit abfinde, weil ich jetzt so bin, wie ich bin und so müde und so depressiv. Da halte ich überhaupt nichts von. Denn Coping gibt von vornherein schon komplett auf. Natürlich muss man ihm Strategien mitgeben, dem Patienten, damit er damit fertig wird. Das ist was anderes. Aber das Coping will im Prinzip, dass man sich abfindet mit dem, was an Gesundheit noch da ist. Wenn jemand ein Bein verliert beim Unfall, beim Sturz, was weiß ich, beim Wingsuit zum Beispiel fliegen oder sowas, reißt ihm der linke Arm ab, dann braucht man nicht philosophieren, dann muss man Coping betreiben, weil man jetzt nur noch mit einem Arm, vielleicht war der Linkshänder und der linke Arm ist ab. Das ist ein Problem oder wenn man auch das Augenlicht verliert. Solche Sachen gibt es ja. Dann braucht man definitiv gute Tiefenpsychologen und gutes Coping. Aber nicht für chronische Krankheitszustände, die im Grunde noch überhaupt nicht korrekt abgeklärt sind, mit den Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen. Diagnostisch, aber auch mental. Man braucht halt Ärzte, die integrativ, systemmedizinisch Ursachen orientiert denken. Das ist die Grundvoraussetzung. Wer das ablehnt, weil er sagt, ich komme da mit meinem Katalog klar, gut, das ist ja jedem Arzt unbenommen und jedem Therapeuten auch. Ich schließe bewusst jetzt auch Heilpraktiker mit ein, die ja auch einen ganz anderen Ansatz teilweise haben. Wer sich damit abfindet und sagt, finde dich auch mit deinen Symptomen ab, das ist nicht mein Ansatz. Und ich glaube, das ist auch für den, der hier zuhört, und der auch Hoffnung schöpfen will aus dem, was wir sagen, ist das der völlig falsche. Ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank für die Ermutigung. Ich denke, was interessant sein könnte, vielleicht darf ich Sie noch weiterhin einladen hier für den Kanal. Vielleicht, dass wir auch Fallbeispiele durchgehen, weil Sie haben so interessante Fälle bei Ihnen in der Praxis, die auch schon bei Pontius und Pilatus waren. Und ich denke, das würde auch noch mal veranschaulichen, wie so eine Diagnostik im Detail aussehen könnte und was dann wirklich gemacht wurde, weil ich glaube genau, dass Sie da einfach federführend sind im deutschsprachigen Raum. Und ja, Sie haben das gerade so eingeschaltet, das ist die Website. Genau, die Website, man kann uns finden natürlich, man kann auch einfach meinen Namen, Janssen Rossek, einfach bei Google eingeben. Und da gibt es Podcasts, die interessant sind. Da sind teilweise auch Beispiele schon drin, aber ich nehme den Faden gerne auf, wir sollten konkret über interessante Fälle, die für jeden sehr eingängig sind und die man sehr, sehr gut behalten kann, wirklich auch teilweise tragische Geschichten, manche sind auch lustig, daran können wir uns orientieren. Und wenn wir sowas noch mal auf den Weg bringen, da würde ich mich freuen, laden Sie mich einfach ein und wir können auch im Vorfeld dann noch mal die Fälle auch sortieren und werden also dann schön das Ausschmücken, das Thema. Da gibt es viel zu lernen und viel zu verstehen im Anschluss. Deswegen bin ich dankbar und freue mich auch, wenn Sie mich da wieder zu einladen. Ja, sehr gerne. Danke, dass Sie das machen. Ich glaube genau, dass diese Fallbeispiele auch noch mal für die Betroffenen sehr viele Aha-Momente für sehr viele Aha-Momente sorgen wird. Genau, weil das war bei mir so, als ich auf Ihre Arbeit gestoßen bin. Das war so, aha, ja stimmt, das und das. Ja, also vielen Dank für Ihre Aufklärungsarbeit. Ja, und vielen Dank, dass ihr auch dabei wart und zugeschaut habt. Ihr seht, es gibt immer wieder Möglichkeiten und checkt gerne die Website aus und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!